Okay, warte. Jetzt müssen wir noch kurz drüber reden, was wir reden. Genau. Du fangst einfach an. Oder fang ich an? Nein, ich fang an. Three, two, one. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Sehr gut. Es ist eine wundervolle Zeit gerade, sehr spannend. Sehr viele spannende Dinge, die passieren. Das ist richtig. Um gleich mal zu starten mit dem Thema. Eines der spannenden Dinge, die passiert sind, war Anfang oder Mitte Juli ein Interview vom Chef von Spotify, den Herrn Daniel Eck. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Er hat ziemlich viel bewegt in der Musikbranche. der gesamten Musikbranche, nicht nur im Metal oder ein bestimmtes Genre, alles. Weil ein paar Aussagen vom Herrn Eckbrin waren, die man doch kontrovers nennen kann oder vielleicht eher abwertend zum Musikmachen als Kunst. Für alle, die es nicht gelesen haben, der Spotify-CEO hat gesagt, dass es einfach nicht mehr dieser Zeit ist, alle drei, vier Jahre ein Album rauszubringen und meinen, man ist dann noch relevant als Musiker. Genau. Die Adresse von dem Typen ist in dem... Ich habe gedacht, das ist vielleicht interessant, um mal darüber zu reden. Dieses Interview war im Kontext eines Earnings Calls, weil Spotify mittlerweile börsernotiert ist und das ist natürlich völlig ausgerichtet auf wie viel Geld machen wir. Und das ist ja im Endeffekt doch, was Spotify machen will. Geld verdienen. Ja. Es ist eine Firma. Okay. No, no, no Bullshit in the beginning. Wow. Es ist gleich direkt, direkt rein. Ja. Straight in the Goshen. Straight in the Goshen. So schön sagt bei Street to the Ocean. Ja, die Aussage war sehr spannend, weil ich sie so sehr verstehe, wie ich sie abstoßend finde. Und diese Dualität von der Richtigkeit der Aussage macht es mir sehr, sehr schwer. Ja, ich habe selber auch auf Facebook das Ding gepostet und mal gesagt, was sagt sie dazu. Da gab es mehr oder weniger hitzige Debatten halt von beiden Seiten. Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Leute, die halt wirklich schon mit den Missgabeln, mit den Fackeln kommen und sagen, na, sicher nicht. Und ja, Musikbusiness, Declining. Und ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, hey, das sind halt die Entwicklungen von den letzten 10 bis 20 Jahren. Und Streaming ist der Future. Und wenn man da ansetzt, wird halt auch sehr viel klar. Und der CEO von der Biggest Streaming Music Company wird halt logischerweise auch nicht sagen, nein, es ist alles so wie gehabt. Und weil auch dafür würde mehr oder weniger verurteilt werden, wenn er irgendwie lügt und sagt, nein, die Musiker kriegen eh. Es ist halt, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viele die Leute jetzt bei Spotify, 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 Spotify kam, es ist neue, neue U-Ball-Firma von Spotty. Nein, von Spotify für die Leute machen. Jetzt finanziell. Finanziell, ja, pro Song. Wenig. Aber wie der Ice-T schon gesagt hat in dem Interview mit Metal Injection vor ein paar Jahren. Those motherfuckers came up with their own number. Zero point zero zero zero. Ja, also es ist die eigene Dezimalstelle dafür entworfen worden. Und das ist schon was anderes. Vielleicht, was ich an dem Interview und dem Sales Call interessant fand, weil ich habe ihn mir dann noch rausgesucht, es gibt ein komplettes Transkript davon. Was ich interessant fand, dass es ein wenig untergegangen ist, es ist jetzt keine Rechtfertigung für die Aussage, aber ich finde es trotzdem eine Nuance, die man bringen sollte. In den vergangenen Jahren waren die Top 10% der Streams auf Spotify bei unter 30.000 Künstlern verteilt. Was halt schon eine sehr kleine Gruppe ist, wenn du dir denkst, es sind Millionen und Millionen an Künstler auf Spotify vertreten. Und nicht einmal 30.000 davon machen 10% der Streams und somit auch 10% des Geldes natürlich. Und das ist im letzten Jahr auf 45.000, glaube ich, raufgegangen. Also es hat sich um 50% gesteigert. Heißt, es bekommen auch mehr Leute einen Teil von dem großen Sack an Geld, den Spotify verdient. Und das ist natürlich gut, aber natürlich der Share, den Spotify ausschüttet, er ist nicht nur sehr gering, er ist auch in der Streaming-Industrie der geringste. Und das ist natürlich dann bei so einer Aussage, hey, ihr versteht einfach das Musik-Business heutzutage nicht, ist dann sehr so, hm. Ich meine, man muss dazu sagen, Spotify ist nicht so teuer für dich als Konsument. Ich habe ein Studenten-Abo, das gibt, das macht Spotify, das ist cool, sind 5 Euro im Monat. Richtig? Ja, voll. Einfach hingeschickt, meine, da ich ja noch an der Uni Wien studiere, einfach hingeschickt und ja, 5 Euro im Monat für ein Jahr. Und in einem Jahr kannst du es wieder verlängern. Ist natürlich sehr praktisch, aber logischerweise teilt es dir halt auch mit etwas, das 5 Euro kostet, eine Streaming-Plattform. Do the math. Das ist halt diese Dualität, die ich meine. Auf der einen Seite, das finde ich auch sehr spannend immer, dass die Leute schreien, die Musiker sollen mehr Geld bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden frage, okay, cool. Musiker mehr Geld, ja. Wann hast du dir das letzte Mal eine CD gekauft? Und das ist meistens dann sehr leise. Und dann ist die Frage, okay, wie konsumierst du deine Musik? Ja, aber Spotify. Was ist dann dein Problem? Ja, die Musiker verdienen nicht genug Geld. Wie viel würdest du zahlen für Spotify? Das ist übrigens eine coole Frage für die Comments. Wie viel würdet ihr tatsächlich für Spotify im Monat ausgeben? Um, wenn in einer idealen Welt, wo das so funktionieren würde, wenn die CEOs, wenn der Top von Spotify wirklich sagen würde, okay, wir machen es teurer, damit die Musiker mehr Geld kriegen. Wie viel würdest du tatsächlich zahlen für Spotify im Monat? Real question. Ja, echte Frage von mir. Ja. Ich wüsste es nämlich nicht. Ja. Wie viel ich zahlen würde dafür? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht zahlen. Ich würde auf jeden Fall mehr als 5 Euro zahlen. Student, Mann. Ich glaube, realistisch gesehen wäre es bei mir irgendwo eine Schmerzgrenze, so blöd es auch klingt, Schmerzgrenze. Aber ich glaube, für mich wäre irgendwo eine Mitte zwischen 15 und 20 Euro im Monat. Das würde sich für mich richtig anfühlen. Inwiefern das jetzt hilft, weil von den 15, 20 Euro dann nicht 15, 20 Euro zu einem Künstler geht. Natürlich, ja. Deswegen habe ich auch geändert. Aber, ja, was ich auch immer sehr interessant finde, dass Spotify mehr oder weniger die einzige Streaming-Plattform ist, die ein Gratis-Modell auch hat mit Werbung. Und die Werbeeinnahmen, hat man auch lesen können, die in diesem Transkript sind, sind auch gigantisch gestiegen. Auch, weil sie jetzt mehr auf Podcasts setzen und dort mehr Werbungen schalten können und so weiter. Aber, shout out to Joe Rogan. Ja, der wird das schauen. Nein, aber ich finde es deswegen interessant, weil eben wie du sagst, es ist diese Dualität. Spotify macht am meisten Geld, hat the biggest pie, macht zusätzlich zu ihren Abos, macht auch noch Kohle mit Werbungen und schüttet aber am wenigsten aus. Deswegen verstehe ich natürlich, dass wenn dann der CEO, der Milliardär ist geworden, wegen Spotify, wenn der dann sagt, na, ihr müsst einfach mehr Zeug raushauen, dass das komplett falsch ankommt. Und da waren auch im Metal sehr, sehr viele Künstler, die sehr ausgesprochen dagegen waren, mit, wie man es halt im Metal gewohnt ist, very strong language. Ja, also so Richtung Dianna Fire, also das war, das war schon irgendwie zu erwarten. Ich denke halt, dass es auch ein wenig ein Missverständnis ist. Ich glaube nicht, dass der Daniel Eck gemeint hat, du musst jetzt statt alle zwei, drei oder sogar vier Jahre für ein komplettes Album, dass er erwartet, du musst in jedes Jahr ein komplettes Album machen. Na, er ist eher auf dieser EP- und Singleschiene, weil auch für ihn ist das sinnvoller, wenn Künstler laufend Zeug machen, weil das bringt wieder mehr Hörer, mehr Werbung und so weiter. Also wie würdest du das sehen, wenn man jetzt sagt, oder was hat in deiner Sicht irgendwie mehr Sinn, alle zwei Jahre ein 15-Track-Album oder in den zwei Jahren drei EPs mit jeweils fünf Tracks? Da spielt bei mir zum Beispiel mit ganz stark, dass ich, und das ist vielleicht eine Frage, die sich generell Leute stellen sollten, wenn es um das Thema geht, wie sie angefangen haben, Musik zu hören, was da das Medium war und wie da die Rahmenbedingungen waren. Und wie ich angefangen habe, Musik zu hören, das ist noch nicht so lange her, aber lang genug, damit es tatsächlich damals Alben waren. Und Singles hat es gegeben, aber auf CDs und das war schon damals für mich unnötig. Weil ich bin in dem Libro, Saturn, Virgin, was auch immer, das es damals noch gegeben hat, und du hast halt diese eine CD gekauft, die zum Beispiel Eminem, weiß ich noch, Lose Yourself, Single-Auskoppelung, und du bist dann zu Hause gesessen und hast dir gedacht, irgendwie, man, das fucking sucks, ich habe einen Song da drauf mit drei Remixes und es ist irgendwie, es stockt mir nicht. Deswegen meine Liebe zu Alben. Das ist, so ist meine Liebe zu Alben entstanden, weil eine CD, wo ich halt zwölf Songs drauf habe, war für mich halt, oder zehn Songs, die eine Stunde sind, war für mich halt eine viel bessere Investition, wenn ich meine CD kaufe. Jetzt ist aber das Spiel komplett anders, weil ob ich mein Album auf Spotify anhöre oder eine Single, ist ja vollkommen wurscht. The music doesn't stop. Ja, voll, the music doesn't stop. Dementsprechend müsste ich auch umdenken, wenn ich über die Frage nachdenke. Das heißt, ich müsste raus aus diesem, mir sind natürlich Alben lieber. Zum Beispiel, wenn Protest the Hero jetzt ein Album rausbringt, das ist mir, ich fand das viel cooler, das Album habe ich gehört, die EP nicht. So bin ich, so bin ich gewired, ja, das verstehe ich auch schon langsam immer mehr. Und da ist halt jetzt die Frage, okay, für mich als Hörer sind natürlich Alben schöner, weil ich es gewohnt bin. Aber ich würde sagen, für kleinere Bands machen EPs und Singles mehr Sinn, als ein Album zu machen, weil für EPs und Singles ist einfach oft auf einer kurzen Strecke die Kohle früher da. Ja, also jetzt, wenn wir jetzt das beziehen auf den, auf den Underground oder auf die Metal Szene in Österreich, viele Leute, die, alle Leute, alle Leute gehen arbeiten. Ja, außer einer von euch lebt schon davon, please call me, ja, wie ihr das gemacht habt. How? How, ich kann's, ich kann's nicht, ja, und also alle gehen arbeiten und da ist halt, die Denkphase geht halt für die nächsten zwei Jahre. Und da ist eine EP wesentlich besser finanzierbar und schneller finanzierbar und vor allem auch doable in der Zeit, die du hast oder eine Single. Und genau so, wie es für mich leicht ist, zwei Songs recorden zu gehen, einmal im Monat, ist es wesentlich einfacher für mich, als ich sage jetzt, okay, ich nehme eine Woche frei, setze mich in ein Studio und record das. Das hat auch, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre und es ist, wer es noch nicht gemacht hat, würde ich das unbedingt mal an die Priority-List setzen, ja. Mach das einmal, plan wirklich eine Woche dafür, aber von der Machbarkeit für Underground-Bands und für viele, viele Metal-Bands, würde ich sagen, ist eine EP geschickter. Und es ist besser, du hast trotzdem Musik draußen, auch wenn es nicht jetzt ein Album ist, als die Band geht vielleicht ein auf der Strecke, weil sie das Album nicht fertig kriegt und sich Druck macht und dann löst sich die Band auf. Und ich kriege das nie zu hören, ja. Eben, das ist ja jetzt das Spannende, weil das, was du jetzt sagst, ist natürlich sehr rational bedacht und ist eigentlich komplett unterstützend zu das, was Daniel Eck sagt. Dann ist natürlich die Aufregung auch gleich so, was, warum haben sich so viele Leute darüber aufgeregt? Ich finde, es ist absolut zu Recht, wenn sich viele Leute darüber aufregen, hey, wir sind Musiker, die eine gewisse Größe haben oder Musiker, die eine gewisse Anzahl an Streams haben und wir können nicht davon leben. Fair enough. Er hat halt gesagt, wenn du heutzutage im heutigen Game oder Umfeld irgendwas aufbauen möchtest und dorthin kommen willst, dass du davon leben kannst, macht es mehr Sinn, kleinere, öftere Releases zu machen wie größere, wenigere. Und das würde ja eben passen mit deiner Beschreibung jetzt gerade. Ja. So traurig es vielleicht doch ist. Das ist eben die Sache, die ich am Anfang gemeint habe. Das ist diese Dualität von zwei Seiten, die ich nachvollziehen kann, auch wenn es mir nicht taugt, so darüber zu reden. Es gefällt mir, das muss ich dazu sagen, es gefällt mir nicht, so darüber zu reden. Es gefällt mir nicht, dass ich sagen muss, haut es lieber EP raus, bevor ihr ein Album rausholen könnt. Weil es hat dieses Ding von, macht halt das, was ihr machen könnt, auch wenn es nicht das ist, was wir eigentlich alle machen wollen. Und da spricht auch wieder, wie gesagt, ich bin auch outdated in vielen Bereichen. Manche Leute wollen kein Album mehr machen. Nein, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es ist auch ein Teil des Genres und nicht Nostalgie, aber irgendwie ein gewisses Gefühl, was man in dem Genre haben will, dass Musik eine andere Wertigkeit hat. Weil wenn man jetzt auf Pop oder Hip-Hop Releases schaut, die definitiv mehr Streams haben. Also in diesen Top 10% Stream Künstler sind bei weitem mehr Pop und Hip-Hop Künstler, eh logisch, aber wie oft man da nicht sieht, okay, da kommt ein Single raus und dann zwei, drei Wochen später Alternate Version und dann ein Remix. Und dann kommt einer dazu, der ein anderes Verse spittet und weiß nicht was alles. Und dann hast du vier, fünf Mal mehr oder weniger den selben Track immer wieder recycelt. Aber, weißt du, es ist ein neuer Release, du kommst wieder in den Playlist rein, du kriegst wieder Plays. Das fand ich sehr cool, weil das Tesseract im Endeffekt gemacht haben bei Smile. Da gab es vorher eine Version und dann auf Sunder gab es der gleiche Song, aber in einer anderen Version. Und Daniel Tompkins hat das bei seinem Solo-Album auch gemacht bei Castles. Und das war der erste Release, den er herausgebracht hat. Der war die Version mit dem Tesseract-Gitarristen. Aber auf dem Album selber gibt es die andere Version. Und das sind halt zum Beispiel Sachen, die, ja, das ist halt auch Content. Und das ist, was zum Beispiel der Breedzy in meinem Facebook-Post unter den Comments sehr, sehr, sehr gut abgeschlüsselt hat. Dass Content nicht immer nur musikalischer Content ist. Content kann genauso gut auch sein Fotoshootings. Content kann genauso gut sein Interviews. Content kann genauso gut sein Podcasts. Natürlich ist musikalischer Content für Streaming-Dienste wie Spotify das Einzige, was sich verkauft. Aber man kann auch, keine Ahnung, Sachen neu aufnehmen, andere Versionen etc. Trotzdem, nochmal, es tagt mir nicht, dass ich so drüber reden muss. Es tagt mir nicht, dass ich halt sage, macht halt irgendwas mit Content. Natürlich hätte ich lieber eine Welt, wo Bands genug Geld haben, ein Album aufzunehmen. Oder so gute Förderungen kriegen wie in Schweden zum Beispiel. Wo Bands tatsächlich finanziell mehr Möglichkeiten bekommen, Musik zu machen. Und wenn man sich Schweden anschaut, also im Vergleich zu Österreich, sind wir nichts dagegen. Nichts, was wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, sorry Victor, auch nicht der Falco, hat irgendeine Relevanz für die internationale Musikszene gehabt. Also ich vergesse jetzt wirklich große Leute. Ich meine, ich liebe, ich liebe den frühen Astropop, bin riesiger Tanzer-Fan und sowas. Aber globale Musikgeschichte ist Österreich sehr ruhig. Schweden hat einen unglaublichen Output. Nicht nur im Metal gehabt, sondern auch im Pop. Schau dir die Top 4, 5 Pop-Producer an. Schweden. Und ich meine, so, aber, ja, sorry. Eben, das ist, aber hat die moderne Popmusik erfunden und seitdem sind die Producer dort Tiere. Und das hat halt auch mit der Förderung da zu tun. Und das hätte ich halt sehr gerne für alle Leute, aber das ist halt einfach nicht, was wir haben. Wir haben den Spotify-Seo. Nein, aber das ist generell sehr, sehr lustig, weil das Spotify-Seo ist auch ein Schwede und Spotify ist eine schwedische Firma. Ah, ja, wie sagt man das? Die erfinden das Game einfach alle 50 Jahre neu aus und dann muss man alles umkrempeln. Und weil sie es erfunden haben, können sie es besser. Ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, ich verstehe die andere Seite auch von Leuten, die sagen, Bro, der stirbt. Jetzt. Ich bin auch generell der Meinung, einfach die Ausschüttung für Musiker sollte höher sein, sollte irgendwie angemessen sein an den Umsatz des Unternehmens, weil, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat Spotify über 29 Milliarden Umsatz gemacht, nicht Gewinn-Umsatz. Und definitiv nicht annähernd so viel auszahlt. Das heißt, da haben sehr viele Leute ordentlich eingesteckt. Was okay, es ist eine Firma, die es da zum Gewinn macht und das verstehe ich natürlich, aber es wäre wünschenswert, wenn sie die Künstler, wodurch sie überhaupt existieren können und Geld verdienen, etwas mehr Recognition geben. Und ich glaube, das war mehr die Aufregung als, hey, wenn du jetzt was aufbauen willst oder jetzt erfolgreich werden musst, musst du öfters releasen, weil das ist einfach ein Fakt. Ich glaube, er ist, also der Daniel Eck ist nicht die richtige Person, das zu verkünden, weil er zu viel daran verdient, er ist zu viel invested in der ganzen Geschichte. Wenn, wenn das ein, keine Ahnung, ein größerer Musiker sagt, der jetzt sagt hätte, naja, wenn ich jetzt neu anfangen müsste, macht es lieber so, statt wie ich mit einem Plattenvertrag in den 70ern, wo ich alle drei Jahre mal im Studio war und sonst ein paar Shows gespielt habe. Das, 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 das war damals, das ist jetzt nicht mehr. Da gibt es lustigerweise das letzte Mal, wie der Bill Burr beim Jerome war. Ich kann leider kein Shoutout machen, weil ich kenne den Herrn nicht persönlich, leider. Aber da ging es lustigerweise genau um dieses Thema, dass eben, dass auch der Bill Burr gemeint hat, in der Musikindustrie, zum Beispiel Plattenfirmen oder sowas, dass man von dem allen Abstand nehmen muss. Das funktioniert, funktioniert nicht mehr so, wie es, wie es früher war und du wirst halt einfach, also egal ob jetzt Comedians oder Musiker, die werden halt einfach unglaublich ausgequetscht und die Verträge sind furchtbar, ja, furchtbar, wenn du auf Long Term gesehen, sind sie wirklich furchtbar, weil dir der Content einfach nicht gehört, ja, bei Plattenfirmen dann. Du bist einfach nicht der Besitzer deiner eigenen Musik. Das haben Bands jetzt, das können sie machen und das ist die große Chance von Spotify, ist zu sagen, ich besitze das und ich bekomme direkt Geld für mein Produkt. Das ist unglaublich, das ist ein unglaublicher Step-up, zu sagen, ich kann etwas ins Internet stellen, das Leute kaufen können, legit, legal und das Geld geht direkt an mich, ohne einen Mittelsmann und dafür, das ist, sorry Spotify und Apple Music und keine Ahnung, dafür sind sie schon gut. Und das war, das war ein riesiger Step-up, aber damit kommt auch unglaublich viel dazu. Ich meine, wir können da ins Tausendste gehen, aber wenn du, keine Ahnung, die ganze Do-It-Yourself-Generations mittlerweile und die ganzen Musiker, natürlich hast du eine andere Plattform dafür. Wollt ihr alle eure CDs im Libro reinstellen oder was? Gibt es dann eine eigene Filiale neben dem Libro für die Metal-Underground und würdet ihr es kaufen um 10 Euro? Ein Call-the-Mothership-Album zum Beispiel, ja, ich bin kein Heiliger, ich wüsste es nicht, ob ich es machen würde. Aber ich denke, was auch einfach arg ist und wo man noch nicht ganz nachgezogen hat, ist, für den Konsument, Zuhörer, Konsument ist immer so ein negativ konnotiertes Wort in der Hinsicht, aber für die Zuhörer ist es so viel leichter geworden, dass du nicht mehr zurückgehen kannst von dem Streaming. Ich habe im Moment keinen einzigen Track gespeichert am Handy, was ich als Musikplayer verwende. Im Gegensatz zu die Anfang 2000er, wo ich mit einem iPod bzw. einem wunderbaren Player von der Firma iRiver, falls irgendjemand die noch kennt, einen iRiver H20. Never heard of her. Nein, damals hast du das noch halt gekauft oder runtergeladen und irgendwie da mitgehabt. Und jetzt ist es halt einfach so ein, wurscht, wenn ich es nicht habe, ich stream einfach alles und mein Katalog ist förmlich unendlich. Das Einzige, was mich nervt, ist, wenn ich kein Netz habe. Aber wie oft passiert dir das? Aber das ist es eben. Jetzt, wo es so leicht verfügbar ist, ist halt auch einfach dieser Wertaspekt für einen Zuhörer fast nicht existent. Es wertschätzt nur mehr ein kleiner Teil der Bevölkerung, die das aktiv zuhören. Und ich denke, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, mir hat das sehr gut gefallen, wie Nine Inch Nails und andere Bands, das eben Anfang 2010 oder so irgendwas gemacht haben, wo sie gesagt haben, hey, wir hauen einen Release raus, pay us what you want. Da war das noch konkurrenzfähig mit Streamingdiensten, weil Leute noch ein iPod gehabt haben oder halt einen anderen MP3 Player, wo sie das halt runtergeladen haben, sie haben das gekauft um eine gewisse Summe, runtergeladen und geht schon. Das geht halt nicht mehr. Du hast zwar ein etwas Ähnliches auf Bandcamp und Soundcloud, wo du sagen kannst, ich kaufe mir dieses Album und wenn ich es gekauft habe, dann kann ich streamen. Aber ist das relevant, wenn du denkst, die ganzen Streamingdienste haben um denselben Preis unendlich Album? Das ist eben, dass es schade ist und was halt den Wert von einem einzelnen Track oder einem Album noch mehr drückt. Und es gibt auch, das ist auch ein Ding, es gibt nicht mehr viele CD, also ich erkenne zum Beispiel nicht viele Bands, die mit der CD einen Downloadlink mitgeben, wo du es dir digital auch kaufen kannst. Aber das ist mein Punkt, bringt es dir was? Bringt es dir was, wenn du eine CD kaufst, du unterstützt die Band und dann kriegst du einen Downloadlink für die MP3s? Machst du mit den MP3s jemals was? Ja, ich spreche es mir nicht. Ja, okay, und dann? Ja, dann kann ich es auf dem Handy haben. Aber machst du das? Du hast ja Spotify. Warum würdest du es noch separat raufspeichern? God dang it, Peter. Das ist ja mein Punkt, dieses pay what you want, dass es so sehr es noch besser für die Band ist, weil sie alles in eigenem Ding machen können und nicht nur diese Ownership über die Musik haben, sondern auch noch einen direkteren Revenue Stream haben, das geht halt nicht mehr. Ja, stimmt. Was schade ist, weil es ist eigentlich die ideale Welt. Du hast da nicht einmal mehr Spotify als ein Mittelmein. Seit ich Spotify habe, ich habe Spotify noch nicht sehr lange, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt kein, ich bin besser als sie, sondern einfach, ich bin einfach viel spät auf den Zug aufgesprungen und habe davor halt auch MP3s noch auf dem Handy auch gehabt. Seit Spotify ist das alles obsolet, weil... Ja, sag ich dir. Wofür, wofür auch? Und ja, wenn ich mal CDs kaufe, die Geräte, mit denen ich CDs abspielen kann, werden verschwindend geringer. Ich habe tatsächlich noch ein Soundsystem, eine Anlage zu Hause und ich habe auch viele CDs noch, nicht mehr so viele wie früher, aber viele. Und da gibt es auch eine, da gibt es eine sehr, sehr bittere Anekdote. Ich bin ein großer Dream Theater Fan, mehrmals live gesehen, kenne die Musik in- und auswendig, habe einiges an Merch und bin irgendwann in meiner Heimatstadt, in meinem Favorite Record Store, sehr, sehr, kann man schon sagen Vintage. Viele Sachen, wo man halt durchgraben muss, finde eine Sammelbox mit den für mich besten Dream Theater Alben. Ich denke mir, ja, das gönne ich mir jetzt, weil ich habe das nicht und ich will das haptisch besitzen. Ich habe zu dem Zeitpunkt mein neues Auto eineinhalb, zwei Monate, kaufe das und komme danach drauf, dass mein Auto kein CD-Player mehr besitzt. Obwohl ich fest in der Überzeugung war, dass dort, wo die ganzen Knöpfe sind, wo so eine Chromleiste ist, das ist, wo ich diese CD reinschiebe. Ja, also jetzt habe ich diese CD, jetzt war ich für viele altmodischere Musiker brav, habe eine CD gekauft, ich kann sie nicht spielen. Eine davon steckt in Peters Auto, noch immer, die irgendwo dazwischen ist, steckt diese CD drinnen. Ja, sehr bitter, aber ich weiß nicht, ich habe selber keine Möglichkeit, bis auf meine Playstation. Daheim steht zwar eine sehr, sehr gute Anlage, aber die gehört nicht mir, die ist von der Paula, wo ich dankend Musik hören darf, wenn ich möchte, aber ich kann diese Sachen nicht irgendwo reinstecken. Es ist, wie gesagt, es ist ein hartes Thema und da muss ich halt, das taugt mir schon wieder nicht. Ich bin eigentlich nur auf der angreifenden Seite, oder angreifend, aber auf der Seite von Spotify, lustigerweise. Weil du gesagt hast, Zuhörer, ich würde tatsächlich sagen Konsumenten, weil ich... Im Auge von Spotify, definitiv. Nein, nein, auch im Auge für mich finde ich, dass Musik nicht mehr gehört wird, sie wird konsumiert. Das ist für mich ein ganz, ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt. Wie viele Leute denkst du, dass... Und da muss man die Metal-Szene mal da lassen, weil ich glaube, da ist dieser Anteil höher, aber im Groben und Ganzen, wie viele Leute setzen sich hin und hören sich ein neues Album an oder eine neue Single? Wenig, wenig Leute. Und auch im Metal-Bereich wird es immer weniger. Es ist die Hochburg, von dem ist schon längst gefallen im Prog, Rock und Prog-Metal, okay, ja, oder keine Ahnung. Aber normalerweise ein ganzes Album durchhören, wüsste ich jetzt nicht, ob es das noch so... Ich denke, unsere Konsumenten, unsere Zuhörer, Zuschauer... Ja, wir haben Zuhörer, wir haben keine Ahnung mehr, wir haben Zuhörer, weil sie kaufen es nicht. Ihr kauft es nicht. Ich denke, da ist es auch nicht repräsentativ. Ich denke, die meisten Leute, die uns zuschauen oder zuhören, werden sich so sehr mit Musik befassen, beschäftigen, dass sie sich hinsetzen und das zuhören, aber... Ja, das ist wichtig, wir reden über alle anderen, nicht über euch, über alle anderen. Ja, aber denkt mal nach in euren Umfeldern, wie viele Leute, die vielleicht nicht selber Musiker sind oder sich nicht sonderbar in der Szene bewegen, wie viele setzen sich hin und hören sich ein neues Album an und bilden sich so eine Meinung. Das rennt nebenbei oder das rennt, während du irgendwo hingehst und den Kopfhörern oder so. Ja, und wiederum, wenn wir irgendwas sagen, wo ihr sagt, na, ich habe erst letztens das Album, kommens. Ja, das ist wirklich was, wo es wichtig ist, dass wir alle drüber reden, weil, dass zwei Leute jetzt Theorien äußern und ihre Erfahrungen teilen, heißt nicht, dass es für alle so gilt. Also bitte, ich habe mir zum Beispiel gestern, vorgestern, dass das eben das neue Protester Hero Album durchgehört hat. Das war das erste Mal wieder ein Album, seit langem es mir durchgehört hat. Und worauf ich hinaus wollte mit dem Konsumenten-Ding ist, wir sind meiner Meinung nach stuck in zwei verschiedenen Welten. Nämlich, da kommt zusammen, dass Musik wieder Handwerk geworden ist, aber auf der gleichen Seite wir Musiker noch immer als diese Genies sehen, die mit Talent und bla bla bla. Abgesehen davon, dass es Talent nicht gibt, das ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, sorry, das gibt es nicht in Wahrheit. Ist halt zum Beispiel, wenn du jemanden damit beauftragen würdest, dass er einfach nur Bachs Stücke transkribiert, wäre er ein paar Jahrzehnte beschäftigt damit. Und das ist no joke. Der Typ hat jede Woche eine fucking Messe geschrieben. Weil war Thomas Cantor und Bach hat halt jede Woche eine Messe geschrieben. Das war sein Job, das war Musik als Handwerk, das war Musik als Produkt. Und die Leute, die dort gesessen sind, waren die Konsumenten. Und dementsprechend kannst du nicht sagen, es ist eine neue Idee, aber es clasht halt komplett mit der Vorstellung, die wir haben davon, Musik ist etwas Besonderes von besonderen Leuten, die dafür, keine Ahnung, von Gott auserkoren wurden, dass sie ein Album aufnehmen. Und das, da fällt halt, der Wert von Musik fällt halt wieder. Und genauso dieses Ideal von den Rockstars, von den Idolen, die wir haben, dass das halt einfach was super, mega special ist und das kann man nur auf CD kaufen. Nein, das kann jeder, jeder kann Musik machen. Jeder kann Musik machen und jeder kann legit sehr, sehr gut werden darin, wenn er das Richtige findet für ihn. Natürlich gibt es Leute, die es einfach nicht interessiert, aber dieses, ich bin nicht talentiert genug, ist eine, das gibt es nicht. Das gibt es tatsächlich nicht. Das ist eine Illusion. Und dieser Clash von diesen zwei Vorstellungen, für mich steckt auch in dieser Diskussion über Spotify drinnen, Musik ist wieder ein Produkt. Das gab es schon mal, das war früher auch schon so, nur halt nicht in dem Ausmaß, aber es glaubt es oder nicht. Das hat im 19. Jahrhundert auch mehr Leute als einen Beethoven, einen Mozart und einen Haydn gegeben und einen Schubert. Ich würde behaupten, es hat in fast jeder Kirche einen Sinn gegeben, der die Messie gegeben hat. Ja, da gab es, da sind um, wie viele Symphonien wir einfach nicht mehr kennen oder nicht mehr hören, ist, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Genauso bei den 80ern, wie viele Fresh Metal Bands es wirklich gegeben hat in San Francisco oder in L.A. Keine Ahnung, und manche haben es halt nicht gemacht, manche schon, aber jetzt ist halt, wie soll ich sagen, es gibt so viele Bands, die Musik machen. Aber glaubst du dann, das, was du gerade angesprochen hast, dass irgendwann dieser Umschwung war zu Musiker sind Genies und Künstler und eben nicht Handwerker, glaubst du, das war dann auch was Fingiertes von den Labels, von den Plattenlabels, weil sie einfach Geld machen mussten? Also in den, in den, ich meine, bei den Beatles zum Beispiel, da war Image, da hat ja unglaublich viel mitgespielt, das waren ja, das waren ja, die sind ja gottgleich verkauft, genauso wie alles im Pop nachher, Elvis auch schon und so. Klar, ich finde das ja, das trifft eh auf die alle zu, ich finde das ja immer so unglaublich, dass du da im klinischen Sinn Hysterie hattest. Leute einfach, haa, die Beatles, haa, da oben möchte ich umfallen. Ja, das ist halt, ich meine, das ist aber ein Konzept und das, das muss den Leuten klar sein, das ist ein Konzept, das aus dem 19. Jahrhundert gekommen ist, das hat angefangen mit Mozart, mit Beethoven, das ist ein Phänomen, das damals halt war, das ist ein gottgleiches Individuum, mit Genie. Das haben wir mitgenommen bis jetzt und jetzt haben wir halt das, das wieder einen Umbruch, weil Do-It-Yourself-Generation, das gab es noch nie. Das ist tatsächlich was ganz Neues, dass du sagst, okay, ich habe das Equipment, um zu Hause ein Album aufzunehmen. EP. EP, sorry, EP aufzunehmen, EP, ja, oder Singie und ich kann das hochladen auf eine, auf eine Plattform, auf eine legale, öffentliche Plattform und Leute kaufen das, kaufen mein Produkt, das ich aufgenommen habe. Das ist komplett neu und da muss halt auch klar sein, dass der Wert von Musik, der Wert von einem Produkt sinkt halt, wenn es sehr, sehr viel davon gibt, automatisch, sehr viele Konkurrenten gibt dazu, ja, Cola, Pepsi und so weiter, ja, das heißt nicht, dass die Qualität von dem Produkt schlechter wird, aber das heißt, dass die, dass die Leute halt einfach mehr Auswahl haben und da muss halt jeder sich selber fragen, wie gesagt, wie viel würdest du zahlen? Ja, wieder zur Frage von Anfang an, wie viel würdest du zahlen für Spotify, um Künstlern mehr zu geben? Ja, vielleicht, vielleicht ist eben auch das, was ich dann vorhin gerade gebracht habe, vielleicht ist es interessant, auch zu wissen, wie Leute sehen, nicht nur dieses, was würdest du zahlen, aber wäre es nicht vielleicht besser gewesen, jetzt sind die Floodgates open, jetzt kann man nicht mehr zurück, aber wäre es nicht vielleicht besser gewesen, eben sowas wie Bandcamp zu machen, wo du sagst, na, ich kaufe das und ab dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, kann ich streamen, so viel ich will, statt monatlich alles. Das wäre halt vielleicht, das würde das Produkt wertiger halten. 2000, 2000, ja, ich, I will die on that hill, mit ihm, mit ihm für immer, die Napster-Geschichte. Das war, das war der crucial point, wo tatsächlich etwas passieren hätte können und da war der Punkt, dass sich da schon zwei Lager gebildet haben und egal, ob man mag oder nicht, ich, ich werde auf diesem Hügel für immer, für immer stehen und sterben, dass ich glaube, dass der Lars Ulrich damals etwas gesehen hat, zusammen auch mit Künstlern dem IST, die damals schon gesagt haben, hört's auf damit und schaut's, dass das nicht mehr passiert und der Lars Ulrich hat tatsächlich Legal Actions ergriffen, weil er gesagt hat, und ja, okay, sie waren reich, aber das ist, wie soll ich sagen, denkt ein bisschen weiter, die Leute, die richtig viel Geld mit Musik gemacht haben, haben es nicht nur gemacht, weil sie Glück gehabt haben, ja, also, das einfach, da waren tatsächlich Legal Actions, da, weil er gesehen hat, das kann nicht gut gehen, das kann einfach nicht gut gehen und da gibt's auch wahnsinnig viele Interviews und Aussagen darüber, dass unglaublich viele Musiker damals gesagt haben, sorry, du hast recht, auch Interview von James Hetfield bei Joe Rogan, wo er bestätigt, dass unglaublich viele Künstler gesagt haben, ihr habt's recht, aber das ist uns zu heiß und wir wollen uns, dass unsere Fans lieben und deswegen sagen wir, na, Napster passt schon. 20 Jahre später hast du die Diskussion jetzt über Spotify. Ah, aber, und ich glaube, das ist auch ein, wäre jetzt immer ein bisschen full circle, das wäre auch schön, um das Ganze irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Daniel Eck hat mit Spotify angefangen oder die ersten Ideen auf Papier geschrieben, wie Napster verboten wurde. Wie, wie damals war es Kasar, was dann auch gekommen ist, wie Kasar dann seine Türen geöffnet hat, hat Daniel Eck angefangen, na halt, das von Napster war eigentlich eine super Idee, aber auf die falsche Art und Weise, weil halt nicht legal. Ja. Wäre es nicht besser, wenn es eine legale Alternative dafür gibt? Ja, sicher ist es besser, weil jetzt verdienen die Leute zumindest dran und nicht einfach so, naja, ich habe das halt irgendwo gerippt oder gestohlen oder irgendwas und teile es halt mit dir kostenlos und keiner benefitet mir davon. Ähm, aber ja, da war der Umbruch definitiv. Das war, das ist halt ein, das ist auch ein hartes Thema, weil wie gesagt, ich komme immer, ich werde immer dann mit der Keule erschlagen. Ja, aber Metallica, Money Grabbing, ja, eh, es geht aber nicht darum, ob die Band gut ist oder nicht, es geht darum, dass der Typ einfach was gesehen hat, in einem klaren Moment, das wichtig war damals, ähm, weil er mehr Ahnung vom Business hat, als vom Schlagzeug spielen und das ist ein Fakt, ja, und deswegen ist die Band einfach so groß, wie sie ist und das ist, muss man, muss man respektieren. Und, ähm, da ist halt einfach nichts passiert, aus Angst davor, dass man die Leute verstimmt. Ja, aber das war auch der Punkt und, und das ist generell auch, ich habe das damals selber auch schon gesagt in Diskussionen wegen Piracy, ähm, ich, ich habe, ich habe zu den Zeiten schon gesagt, schau, wenn ich als tatsächlicher Konsument x im Monat zahle und ich kann konsumieren, was ich will, ist okay, ähm, jetzt habe ich die Alternative, ich zahle mehr wie x, nämlich 3, 4 x für ein Ding und kann nur das nehmen und teilweise, das war damals auch, teilweise hat es halt das einfach nicht gegeben. Will ich eine bestimmte Serie schauen, hm, DVD ist nur in Amerika draußen oder kommt erst in zwei Jahren nach Europa. Währenddessen kann ich auch einfach am Computer das anklicken und ich warte ein bisschen, bis der Ladebalken voll ist. Es waren ja eh sehr viele Leute dann so, okay, mir wurscht, ich, hauptsache ich habe es, weil ich bin ja auch nur der kleine Konsument, was kann ich an Schaden anrichten. Und der Lars-Ulrich hat das definitiv richtig gesehen. Da muss ich jetzt schauen, aber um an der Zeit, ja, wir sind ja schon gut dabei. Vielleicht noch abschließend halt als Denkanstoß dafür, dass man sich halt wirklich einmal Gedanken darüber macht, was es heißt, Musik on demand haben zu wollen. Und alle Leute, die halt, wie soll ich sagen, jetzt groß gegen Spotify wettern und ja, und Musiker, wie gehst du im privaten Leben mit Musik on demand um? Und könntest du darauf verzichten für den Preis, dass Musiker wieder mehr verdienen damit oder dass das sich mit Musik wieder mehr Geld machen lässt? Bist du bereit, auf on demand zu verzichten? Und wer das für sich als mit einem klaren Nein beantwortet, der muss in die Diskussion einsteigen um Streaming. Es geht nicht anders, weil dieses ja und aber CDs und Musik, nein, es ist vorbei. Die Chance haben wir alle verpasst. Sorry, stop whining, you little fucking cunt. Ja, es ist vorbei, dieses Ding haben wir verpasst und zu schreien, ja, Musiker mehr Geld und selber aber 5 Euro, Spotify, zahlen, geht nicht. Also up to date bleiben, darüber diskutieren und schauen, wie man das machen kann, wie man sich da educaten kann. Damit man doch noch auf einer positiven Note das Ganze abschließen, in diesem besagten Sales Call mit Daniel Eck von Spotify haben wir, wo wir am Anfang begonnen haben, war aber auch zu lesen, was er auch gesagt hat, und das ist sehr gut. Die Zahlen, die sie sehen, sie wissen ja genau, wen sie wie viel ausschütten, die deuten definitiv darauf hin, dass die Anzahl an Künstlern, die von der Musik leben kann, rein mit Einnahmen von Spotify, sich auch um ein Vielfaches erhöht hat in den letzten Jahren. Das ist gut, es ist noch nicht dort, wo es sein soll, hat auch der Daniel Eck gesagt. Er will auf, das war sein Ziel, wie es gegründet hat, er will auf mindestens so viel kommen, dass er einem Million Künstler den Lebensunterhalt rein mit Spotify-Streams zahlen kann. Dort ist er noch nicht, das wäre natürlich eine ideale Welle, wenn wir dort schon sind, aber die Zahl, die genug verdienen mit Streams für einen Lebensunterhalt, steigt. Also die geht nach oben. Das ist gut. Dann haben wir noch einen Shoutout, den haben wir am Anfang nicht gebracht, weil wir extra gewartet haben auf das Ende dafür, weil der so cool war. Wir haben ja beim letzten Mal, wo die Jörg und ich geredet haben, haben wir geredet über Bands, die sich bei uns melden sollen, die wir noch nicht kennen oder die aus anderen Genres kommen. Und da hat sich tatsächlich eine Band gemeldet, nämlich, wie heißt sie, Peter? Lobau. Lobau. Ich habe das Workplay übrigens erst vor einer halben Stunde checkt oder dreiviertel Stunde. Lobau, also Shoutout an Lobau. Danke fürs Melden, das fanden wir sehr, sehr cool. Die haben uns einfach geschrieben, hey, yo, wir sind Lobau, beziehungsweise hat uns ein Herr geschrieben von Lobau. Und das fand ich sehr cool, weil der dann einfach gesagt hat, hey. Es gibt uns, wir sind da draußen. Ja, genau, richtig. Das war, genau, der Wolfgang von Lobau. Vielen Dank fürs Melden. Ja, hört's mal rein. Bluesig. Genau. Heavy. Description, der Link. Mundwinkel. Ein cooles Ding. Feiern wir alle sehr. Also eure Chance ist da. Schreibt uns einfach und ja, cool stuff. Gut. Ansonsten, ja, ihr wisst, like, share, subscribe, comments, bitte, über die Sachen, die wir geredet haben. Das ist euer Hasebun, bis zum nächsten Mal, ja. Und nichts vergessen, stay big, stay big, stay safe. Tschüssi. Tschüssi. Ja, ja. Tschüssi. 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 Tschüssi.